Willkommen zum Video. Heute schauen wir uns das Sophia Thiel Trainingsprogramm an, was dafür ausgelegt ist für Frauen, die abnehmen wollen und das eben mit Krafttraining zu Hause. Ich bin Freddy von Fit Zuhause. Hier lernst du einen einfachen Weg kennen, dich wohl in deinem Körper zu fühlen und fit im Alltag zu sein. Viel Spaß beim Video. Das Training besteht aus Bodyweight Übungen, die du zu Hause machen kannst. Und das sind eben Kraftübungen und das Ziel ist es abzunehmen. Du hast jeden Trainingstag ein neues Workout, durch das dich dann Sophia Thiel leitet. Insofern ist es abwechslungsreich und bleibt spannend. Generell brauchst du als Equipment eigentlich nichts, außer einen Stuhl und eine Matte. Der ideale Einstieg ist, wenn du unregelmäßig Sport machst. Wenn du noch gar keinen Sport gemacht hast, dann ist es ein bisschen anstrengend, ein bisschen zu doll. Dann solltest du dir erstmal unser Video für komplette Anfänge angucken, wo du das sechs Wochen einfach ein bisschen fit wirst, um so eine Grundfitness zu haben, um diese Workouts dann zu absolvieren. Das Training geht zwölf Wochen lang und besteht aus 36 Workouts, die alle so zwischen 20 und 30 Minuten lang sind. So eine typische Woche würde zum Beispiel so aussehen, dass du am Montag 23 Minuten Bauch-Beine-Po-Training machst, am Mittwoch 25 Minuten Ganzkörpertraining und am Freitag dann 26 Minuten Oberkörpertraining. Es sind alles Kraft-Trainings und es wird dabei angegeben, wie viele Kalorien du ungefähr verbrennst. Das liegt meistens so zwischen 150 und 200 Kalorien. Insgesamt, nach all diesen Wochen, hast du dann ungefähr 6000 Kalorien verbrannt. Generell ist dieses Training sehr gut gestaltet. Es wird leicht erklärt. Du weißt direkt, was du machen sollst. Es wird während des Trainings erklärt. Das heißt, du musst keine extra Videos angucken, um die Übungen zu verstehen. Und auch mal durch Besuch von Daniel Aminati, der dir vielleicht was sagt, ist es auch abwechslungsreich und ganz nett gestaltet. Im ersten Moment dachte ich, die Ernährung fehlt, da ich das im Programm gar nicht gefunden habe. Aber da dieses Programm über Gymondo läuft, kannst du einfach das Ernährungsprogramm von Gymondo nutzen. Das ist ja beim Abnehmen sehr wichtig, denn ohne die Ernährung wäre das Vorhaben Abnehmen etwas sinnlos. Da aber Gymondo dafür gesorgt hat, dass du Rezepte und Ernährung und so weiter hast, ist dafür auch gesorgt. Wenn du genau wissen willst, wie das aussieht, schau dir einfach mal unser Video zu Gymondo an. Wie sieht das mit dem Punkt Motivation aus? Denn auch das ist ultra wichtig. Du brauchst ja nicht nur die Workouts, sondern du musst ja auch dranbleiben. Und dafür ist gesorgt. Gymondo hat nämlich eine Community, in der du deine Fortschritte teilen kannst und dann auch sehen kannst, was andere Leute gemacht haben. Insofern da motiviert wirst. Außerdem wird dir grafisch dargestellt, wie dein Fortschritt ist. Also wie viel Gewicht du schon verloren hast, wie viele Kalorien du schon verbrannt hast, wie viele Workouts du schon gemacht hast. Also auch dafür ist gesorgt. Und natürlich motiviert dich auch Sophia, dir in den Workouts dran zu bleiben. Und das sind so Workouts, die du zum Mitmachen machen kannst. Also Motivation ist reichlich da. Wie sieht denn die technische Seite aus? Ist es einfach die Handhabung? Ja, es läuft nämlich über Gymondo und das ist wirklich ganz gut gestaltet. Da weißt du direkt, was du machen sollst. Das ist eine einfache Erklärung und dann kannst du direkt loslegen. Es gibt auch eine App, wo du die ganzen Workouts runterladen kannst und dann kannst du überall trainieren. Also theoretisch auch im Park oder wenn du unterwegs bist. Also dafür ist auch gesorgt. Bei uns vom Fit zu Hause ist es wichtig, dass die Sachen alltagsfähig sind. Es bringt ja nichts, wenn du ein Workout hast, was du aber gar nicht in deinen Alltag integrieren kannst. Aber da diese Workouts so zwischen 20 und 30 Minuten gehen und das nur dreimal die Woche ist, kriegst du das auf jeden Fall auch in den Alltag integriert. Das Ganze ist auch zielorientiert. Du hast nämlich Progression, also es ist für Progression, für Fortschritt gesorgt. Du steigerst dich dann von Woche zu Woche mit ein paar mehr Wiederholungen. Insofern auch ein sehr sinnvoll aufgebautes Training. Und da du auch gleichmäßig, also deinen ganzen Körper trainierst, mal ein Ganzkörpertraining, mal den Unterkörper, mal den Oberkörper, ist auch das wirklich gut gestaltet. Wie sieht das mit dem Abo-Modell aus? Was muss ich zahlen? Wie sind die Laufzeiten? Das Ganze läuft über Gimondo. Dort hast du auch noch sau viele andere Programme zu aus. Weil ich glaube, es sind mittlerweile so über 60 Trainingsprogramme, die du theoretisch auch noch machen könntest. Aber es geht ja jetzt hier um Sophia Thiel. Und da schwankt dann der Preis zwischen 7 Euro bis 13 Euro pro Monat, je nachdem, welche Laufzeit du hast. Also es gibt die Auswahl 3 Monate, 6 Monate oder 12 Monate. Und was ich super fand, es gibt auch eine Testphase von einer Woche. Jedenfalls ist die im Moment eine Woche lang. Und da kannst du es dann einfach mal ausprobieren und gucken, ob es dir gefällt. Und wenn es nicht der Fall ist, dann einfach wieder zurückgeben. Außerdem kannst du das Ganze auf mehreren Geräten nutzen, was ja auch super ist, falls du jetzt einen Haushalt mit mehreren Leuten hast. Man kann auch zwei Programme gleichzeitig laufen lassen. Also könntest du theoretisch das Programm von Sophia Thiel laufen lassen und vielleicht dein Freund, das von Daniel Aminati. Als grobes Beispiel, denn beide sind bei Gimondo vergeben. Was ist unser Fazit? Für die Zielgruppe, also Frauen, die abnehmen wollen, ist das Training ideal. Jedenfalls, wenn du unregelmäßig Sport machst. Hast du die letzten Jahre überhaupt keinen Sport gemacht, dann ist das Training ein bisschen hart und dann solltest du eher erstmal das Workout machen, was ich dir jetzt verlinke. Den Link zu dem Gimondo, also zu Gimondo und dem Sophia Thiel Programm findest du unter dem Video. Wenn du weit fortgeschritten bist, dann ist dieses Training auch ein bisschen zu wenig für dich. Dann solltest du eher ein anderes Workout ausprobieren. Aber auch da hat Gimondo eine Riesenauswahl. Und ich kann dir einfach empfehlen, mal die Testwoche auszuprobieren und dir die Workouts anzugucken. Eben das Sophia Thiel Programm, was ich empfehlen kann, wenn du zu der Zielgruppe gehörst und sonst vielleicht ein anderes Programm. Auch ist bei Gimondo für die Ernährung gesorgt, was sonst ein großer Kritikpunkt von mir an diesem Sophia Thiel Programm wäre. Allerdings durch die Kombination mit dem Ernährungsprogramm von Gimondo und diesem Trainingsprogramm zum Abnehmen ist dann für alles gesorgt und damit erreichst du dann auch dein Ziel. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.